Hallo und herzlich willkommen from the Games in the Talk, immer im Gespräch. Heute neueste Edition aus der neuen Woche. Wir haben Montag, 16.25 Uhr. Ich nenne das jetzt einfach mal Inspiring Monday. Hashtag Inspiring Monday. Was das, Mann? Der Hashtag. Ich hoffe, ihr seid alle guten um die Woche gestartet oder je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anhört. Wir müssen da ein bisschen Gas geben, ne? Body, Modi. Und ich sehe gerade, wir müssen zum Optiker durch diesen Kratzer auf Brille. Ja. Ich sage immer um die ganzen Lehnworte, aber heute soll es um das Liebe-Thema gehen. Was hat es mir eben ins Auge geflüstert? Welches Thema? Die Meinung der anderen. Oder? Ich meine mal, warte mal, Gatsch, warte mal. Ich sage das mal in Dommers Wort. Die Meinung der anderen interessiert mich einen F***. Ich ergänze um drauf geschießen. Ähm. Wie ist es noch nicht monetarisiert, dann ist es egal. Aber ja, ich kann es piepen. Ich kann das piepen und dann das Board so verfremden, das war jetzt auch nicht meine Wortwahl. Das war jetzt wirklich die Wortwahl meines Nachts. Ja, es ist wirklich dein Mund mit Seife ausgewaschen. Ja. Nein, also es soll einfach darum gehen, ähm, genau, um Meinungsmache, Meinung anderer, weil oftmals, ähm, neigt man dazu, Dinge nicht zu tun, die man gerne tun würde oder seine Träume nicht zu erfüllen, weil andere meinen es, einem schlecht zu reden, nichts zu gönnen. Wie weit holen wir denn aus? Die, die Meinung innerhalb des eigenen Dunstkreises, sprich Family und Friends, oder? Also ich bin ja immer dafür, dass man mal mit sich selber anfängt, ne? Das ist immer so meine Sichtweise der Dinge. Die Meinung über, was für eine Meinung du über dich selbst hast. Ne, was, was für eine... Aber das wäre doch immer ein toller Punkt, ne? Ja, natürlich ist es ein toller Punkt, weil klar, die Meinung, die man über sich selber hat, so sagt man behandeln einem auch andere, aber einfach, wenn jeder bei sich selber anfangen würde, dann hätten wir das Thema ja gar nicht und ich bin halt der Meinung, dass ich keine Meinung oder dass ich nicht das Recht habe, mir einem, also natürlich hat jeder das Recht, sich eine Meinung zu bilden, natürlich darf ich eine Meinung haben, ich darf meine Meinung auch äußern, ich darf Zweifel äußern, ich darf aber auch Mut machen. Moment, Moment, da muss ich direkt mal wie so ein Disclaimer reinzleiten, du kannst deine Meinung so lange äußern, solange du niemanden beleidigst oder angehst. Das sowieso. Da bin ich jetzt einfach mal von außen gekommen. Weil viele kommen dann ums Eck, ja, wir haben ja die Meinungsfreiheit in Deutschland, aber die ist immer so gedeckelt laut gesetzt, solange sich keiner angegriffen fühlt. Ja, aber ich bin immer so ein bisschen der Meinung, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt den Mund, finde ich immer ein ganz gutes Sprichwort. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man Dinge sagt und wie man etwas rüberbringt. Und ich bin immer dafür, Leuten Mut zu machen und nicht immer zu kritisch zu sein. Natürlich, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, würde sagen, ey, ich habe vor, die Bank morgen zu überfallen, würde ich vielleicht auch sagen, naja, denk nochmal drüber nach, ob du das wirklich möchtest, ja. Aber grundsätzlich gibt es zu allen Sachen Pro und Contra, aber ich finde, man sollte immer eher der Mutmacher sein, wie der Kritiker, was ich persönlich sagen muss, ja, in Deutschland ziemlich schwierig ist, weil irgendwie immer eher die Kritik angenommen wird und es wird immer alles kritisch gesehen, anstatt mal positiv und das geht mir schon tierisch auf die Nerven. Finde ich, warte mal, das hast du schon mal sehr gut eingeleitet, finde ich ein gutes Beispiel, Meinungen, ja, in unserem deutschsprachigen Raum, in der DACH-Region meinetwegen, im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Ja, wir haben immer diesen tollen Vergleich. Stimmt. Das hat jetzt vielleicht ein Stück weit doch was mit der Meinung zu tun, aber wenn du in den Staaten bist, mein bester Freund ist gerade in den Staaten oder ist dorthin gezogen, ausgewandert, die gönnen dir das Brot, die gönnen dir den Belag, die gönnen dir die Salami oder Käse oder whatever, deinen scheiß veganen Aufschnitt, ja, die gönnen dir das und wollen wissen, wie du Erfolg hast, die wollen deine exquisite Meinung zu dem Ganzen, ja, und hier in Deutschland, sagen wir mal ganz ehrlich, sieht es jeder kritisch, sieht es jeder, egal wer Erfolg hat, egal wer das jetzt ist, ist alles kritisch zu sehen, ach, ich weiß hier nicht, genau. Aber die Leute projizieren ja immer, nochmal, wir haben ja diese Themen, eigentlich wiederholst du das irgendwo immer, die Leute projizieren ja ihre eigene Scheiße auf dich, nur weil sie sich selber das nicht vorstellen können, können sie es bei dir auch nicht vorstellen. Ja, aber ich meine, das Thema mit der Meinung soll einfach, einfach, ja, also es ist einfach so, man muss nicht zu allem eine Meinung haben und ich finde, das Sprichwort sollte man sich mal auf die Fahne nehmen, wenn ich nichts Positives zu sagen habe, dann halt den Mund, weil, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einfach mal das Beispiel nenne, Facebook zum Beispiel, ne, also ich glaube, jeder von uns, wenn man überhaupt auf Facebook noch unterwegs ist, das ist ja auch so eine Sache, aber ich meine, wenn, wenn, Was ist denn das? Die Boomer, dann 16. Nein, klar bin ich Boomer. Ne, aber auf jeden Fall, jeder hat ja bei Facebook Gruppen, oder fast jeder, denke ich, auf jeden Fall, was mir da persönlich extrem auffällt, ist, dass immer so diese, ja, dass da so eine extreme Meinungsmache stattfindet und oftmals wirklich zu 90 Prozent, so traurig wie das ist, negativ. Und ich meine jetzt, egal welche Gruppen, also ich sage mal als Beispiel, ich bin in einer Thermomix-Gruppe, oder mehreren, ja, ich bin in mehreren, willst du nicht gucken? Egal jetzt, ich bin in mehreren Thermomix-Gruppen, aber ich bin zum Beispiel auch in der, ich glaube, es gibt auch für jede Stadt eine Gruppe und ich bin dann auch in so einer Gruppe für diese Stadt, in der wir wohnen und einfach verschiedene Gruppen und in den meisten Gruppen, außer natürlich, ich bin auch in der Miracle Morning-Gruppe von Herr Elrod, das wäre natürlich dramatisch, wenn das da kritisch zugehen würde, aber immer, egal welche Beiträge man liest, bis zu 90 Prozent sind es irgendwelche negativen Beiträge. Ich habe gedacht, ich packe es nicht, sogar in der Thermomix-Gruppe dann, mein Thermomix ist kaputt gegangen. Also sogar da dann irgendwo negative Beiträge, wo man denkt, man redet eigentlich nur von Rezepten oder dann auch Rezepte, die nicht gelungen sind. Ich meine, um Gottes Willen, da muss man sagen, 50-50, meistens werden Rezepte gepostet. Aber jetzt auch in dieser Stadt, anstatt mal zu sagen, hey, wir haben eine schöne Stadt, mal schöne Bilder zu machen, guck mal hier, schöne Mandelblüten, könnt ihr euch angucken oder weiß ich nicht was. Dann werden Mülleimer fotografiert, wo der Müll liegt. Dann werden Rabatten fotografiert, wo nicht gemäht sind. Also das alles mit Maß und Ziel wäre vielleicht eins, aber es ist wirklich, zu 90 Prozent wird da lamentiert. Und dann, wenn jemand mal einen positiven Beitrag leistet, zum Beispiel wirklich sagt, hier, unser Berg ist schön oder keine Ahnung, dann muss man sich mal die Kommentare darunter durchlesen. Da geht es gerade so negativ weiter und es wird diskutiert. Und ich finde es einfach widerlich, das Benehmen. Ja, aber das Ding ist ja, das ist ja auch so historisch gewachsen. Was lässt sich der Bürger hier im Land so, das ist jetzt auch kein politisches Statement. Ich meine, wir werden ja dazu erzogen, auch über das Schulsystem, über den Kindergarten. Da fängt es ja schon an, vielleicht beim einen oder anderen in der Krabbelgruppe schon, wie wir so groß werden. Wir sollen befolgen und ja, nicht zu viel freuen. Weil morgen könnte es ja schon wieder schlechter aussehen. Und im Endeffekt, die auflagenstärkste Zeitung hier im Lande, die funktioniert mit Angst, Titten und Wetterbericht. So wie es mal die Ärzte, das, was die Ärzte mal gesungen haben. Und es funktioniert halt eben. Es funktioniert, den Leuten Angst zu machen, statt denen positiv zuzusprechen. Aber das Problem ist ja, man kann diesen Podcast wahrscheinlich eine ganze Woche halten. Eine ganze Woche auf Recording drücken. Das nimmt ja solche Umfänge an mittlerweile, wie schwer du Leute großgezogen hast, also mit einem falschen Mindset irgendwo, mit einer falschen Meinung und das zu versuchen zu reparieren, wenn sie erwachsen sind. Da hast du einen Berufsstand der Psychologen, wie auch immer, die da echt schwer dran zu tun haben, weil halt eben die Leute sich so in dieser negativen Scheiße verfangen. Ja, deswegen bin ich einfach der Meinung, ja, wenn wir bei Meinungsmache sind, dass man einfach, wenn man nichts Positives zu sagen hat, sich überlegen sollte, einfach ruhig zu sein. Beziehungsweise man kann ja auch Dinge kritisch anmerken oder seine Meinung äußern, aber man kann auch versuchen, das Ganze etwas positiver zu verpacken. Und jeder muss sich mal selber an die Nase greifen, wenn das Telefon klingelt und die Freundin anruft oder, weiß ich nicht, Bruder, Schwester, egal wer. Und dann gibt es ja oft mal so den Moment, dass man einfach bestimmte Personen hat, wo man vertraut oder wo man gerne etwas Freudiges mitteilen will, dass man jetzt eine tolle Idee hat oder irgendwas macht, ja. Und, ja, keine Ahnung, vielleicht freut sich jemand und ruft an und sagt, hey, weißt du was, ich habe zum Beispiel, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet, ich will jetzt was ändern, ich gehe jetzt das Thema an, genau. Und dann, anstatt dann, vielleicht ist es eine Person, die in der Vergangenheit schon öfter mal, wo angemeldet war, nicht durchgezogen hat, keine Ahnung, aber anstelle dann einfach Mut zu machen und zu sagen, ey, finde ich gut und so, bleib da auf jeden Fall dran und bla 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 zu unterstützen, ja, dann kommt oftmals, ach, schon wieder, schon wieder was Neues, ach, schon wieder hast du die Idee, ne. Oder hast du gehört, der Hajo, der hat schon angemeldet im Fitness, der geht jetzt pumpen, das wird doch nix, ne, das wird doch nix. Ja, also, ne, man sollte einfach sich selber mal reflektieren und einfach positiv sein und lieber jemand sein, der Menschen unterstützt, wie jemand, der Menschen ausbremst oder immer kritisch betrachtet. Ja, aber auch hier, ne, das hier nochmal zu, zu untermauern und auch nochmal euch zu sagen, bei uns erscheint nicht permanent die Sonne aus dem Arsch, ja, wir sind nicht auf Krampf und zwanghaft gut drauf oder, oder ignorieren da irgendwie Scheiße weg und denken uns irgendwas schön, weil wir das irgendwie, uns irgendeine Verdrängungstaktik angeeignet haben. Nein, das Ding ist ja, das ist ja auch irgendwo Erfahrungswerte mittlerweile, beschäftigst du dich mit negativen Gedanken, stehst du ständig, bürst du dazu und dann kommst du aus diesem ganzen Kreis nicht mehr heraus, ja, aus dieser Spirale und der Kreislauf des, des, ja, des, des Negativdenkens, das von dir vielleicht auch Selbstschlichtdenken und so weiter und so fort. Ja, also ich denke mal, das Gesetz der Anziehungskraft kennt jeder und das wirkt halt einfach und wenn ich einfach auch negativ nur denke, dann ziehe ich eben Negatives an, indem ich positiv denke, ein Gewinner-Mindset habe, ziehe ich einfach auch, ja, also dann werden Dinge auch einfach erfolgreich, ja, und deswegen würde ich sagen, muss man immer erst mal bei sich anfangen, um zu gucken, okay, wie mache ich mir eine Meinung, über Dinge, ist es jetzt zu kritisch zu betrachten, ist es okay, ist es nicht okay, bevor man sagt, okay, was denken andere, aber natürlich ist es dann so, dass man selbst auch, wenn man Ideen hat oder sonst irgendwas, man tauscht sich aus mit der Familie, Freunde, so mit dem engsten Kreis und dann ist natürlich so, dass auch nicht immer so das Juhu kommt, ne, dass man halt Dinge mitteilt und dann schreien auch nicht alle, Juhu, geil, mach das, ne, und da wollen wir einfach Mut machen, dass du trotzdem dein Ding durchziehst, wie gesagt, natürlich alles auf legaler Basis und jetzt ohne irgendwie sich da groß, weiß ich nicht, irgendwie in die Scheiße zu reiten, aber einfach stark zu sein und resistent zu sein gegenüber der Meinung, auch wenn es manchmal schwer fällt, weil natürlich meinen es die Eltern oder die Familie oder eventuell auch der engste Kreis nicht böse mit einem, die meinen das natürlich gut, die wollen einfach nicht, dass man negative Erfahrungen macht oder dass man irgendwie sich verschuldet oder auf die Schnauze fällt oder sonst was, nichtsdestotrotz ist es euer Leben und wenn ihr etwas gut findet, dann zieht es einfach durch, ohne euch da was Negatives einreden zu lassen und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, ich habe es ja schon erwähnt in unserem Kennenlern-Video, sage ich mal, ich habe ja spät nochmal angefangen zu studieren, also ich habe eine Ausbildung gemacht, habe gearbeitet, Pfarrerbier auf der Abendschule und dann nochmal Vollzeit angefangen zu studieren und es war nicht so in meiner Familie, als ob da jetzt wirklich jeder Juhu geschrien hätte, also ich meine, ich war ja schon fertig, ich hatte schon alles in der Tasche, ich war ja auch schon, wie alt war ich? 23? Anfang 20, Anfang 20. Ja, also als ich angefangen habe zu studieren und natürlich, also klar, meine Großeltern, die waren für mich immer ein großer Support und auch meine Oma, aber nichtsdestotrotz, war sie natürlich so, oh Gott, schaffst du das? Ja, von der Hauptschule, ein Studium war für sie unvorstellbar, weil bei uns in der Schule gab es niemand mit, äh, bei uns in der Familie gab es niemand mit akademischem Abschluss, das waren so die, ähm, waren so die Bedenken, meine Mutter, wie bezahlst du das? Wie finanzierst du das? Weil wie gesagt, ich habe ja schon richtig Geld verdient, ne, habe ein Auto gehabt, auch Fixkosten, wie das halt so ist, wenn man erwachsen wird, also auch dementsprechend waren das nicht so ein Juhu, ne, als, als ich das verkündet habe und auch während ich studiert habe, ich meine, Studium dauert halt nicht, äh, nur ein Monat, das hat halt seine Zeit gedauert und auch da zwischendrin, ne, war immer so, die haben vielleicht nichts gesagt, aber haben kritisch geschaut und wie gesagt, die haben das mit Sicherheit nicht böse gemeint und nicht negativ, aber auch das hätte mich natürlich entmutigen können, in dem ich einfach gesagt hätte, ja, vielleicht haben die recht, vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht bin ich nicht schlau genug oder sonst was und ich habe es halt einfach durchgezogen und das hätte ich halt nett gemacht, wenn ich einfach gegen aller Widerworte mich durchgesetzt hätte und an mich selber geglaubt hätte. Ja, ich finde, das ist auch wieder sowieso die Einleitung, aber ganz kurz, ich habe hier nochmal sieben bis acht Top-Tipps wieder vorbereitet, Top-Tipps, was die Meinung angeht, Meinung der anderen über dich, ähm, aber was will ich jetzt gerade nochmal sagen, ähm, vieles scheitert doch schon wieder daran, dass du auf die Meinung der anderen viel gibst, ähm, was deine Karriere beispielsweise, also das Thema Karriere angeht, ähm, also nicht jeder ist für Selbstständigkeit gemacht, ne, für viele ist es nichts, sich selbst zu organisieren, den Tag anzugehen und den Tag halt eben auch durchzuziehen und auch mal keinen frei zu machen oder oder, ne, jeder ist dafür gemacht, verstehe ich, ist auch in Ordnung so, wir werden erwachsen, wir haben einen Stundenplan ein Leben lang gefrönt, ne, wir waren in der Ausbildung, haben studiert, haben immer einen schönen Stundenplan gehabt, ne, in dem System zu bleiben ist das eine, aber wer weiß, ob wirklich dann dein volles Potenzial, was vielleicht in dir steckt, du niemals entwickelt hast, entfacht hast, nur weil du gesagt hast oder gedacht hast, ähm, das stimmt ja, was der Gegenüber sagt, aber nochmal, das sind ja immer seine Grenzen, auch wer, 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 wer wieder eine, eine Sportanalogie braucht, ja, auch wieder hier aus dem Thema Bodybuilding oder aus dem Kraftsport, ähm, wenn jemand gesagt hat damals, das packst du nicht, sei es im Kreuzheben, sei es im Rudern, sei es im, was weiß ich nicht, im, 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 im Beinpresse oder Kniebeuge, was weiß ich, ja, das packst du nicht, was hast du für dünne Ärmchen, was weiß ich, dann habe ich mir genug, das muss man jetzt halt eben piepsen, ja, ich sage, um dich fick ich halt eben, ne, also, allein wegen deiner Frechheit werde ich es dir zeigen, ne, dass es halt eben funktioniert, vielleicht ist das halt eben so greifbar, weil, ähm, auch nicht nur, meine Mutter kann man vielleicht noch verstehen, ne, aber auch fremde Leute, ne, die sich dann, also wirklich, da machen sich fremde Menschen Gedanken, wie man etwas bezahlt, und ich erlebe das so oft, ja, dass, keine Ahnung, irgendjemand kauft sich was, oder irgendjemand will was machen, und dann stellen sich so Dritte, oder Leute, die gar nichts mit den Leuten zu tun haben, die Frage, ah ja, Samo, wie bezahlt denn der das? Ja, so, wo ich dann so denke, hä? Dann denke ich mir, warum, willst du, willst du mir jetzt mein Semesterticket bezahlen, was ist denn los? Es geht jetzt nicht mal darum, es geht auch darum, jemand angenommen, zum Beispiel, jemand kauft sich ein Haus, oder so, ja, okay, ein Haus jetzt auch, kaufen viele, weiß ich nicht, irgendetwas, oder jemand macht sich wirklich selbstständig, oder hat ein neues Hobby, oder so, ja, und dann immer so, ja, also Samo, wie bezahlt denn das? Und keine Ahnung, aber ich kenne doch die finanziellen Mittel von anderen nicht, also, was interessiert mich das, überhaupt, also das ist so ein Punkt, das interessiert mich doch gar nicht, also, das ist doch wirklich so irrelevant, wie jemand etwas bezahlt, also, ja, mein Auto, mein Haus, mein Boot, jetzt fehlen hier noch die Fotos, die ich auf dem Tisch klatsche, aber genau darum geht es ja, oder, wir studieren, also, sie macht ihren Master, ich studiere noch Social Media nebenher, nebenbei, nebenberuflich, wie auch immer, wenn da jemanden fragt, also, wenn du wirklich wahrhaftiges Interesse an uns hast, und sich das aus den, aus den Gesprächen immer so ergibt, ne, also, unser Kreis ist auch relativ klein, man muss jetzt nicht, also, man hat viele Bekannte, aber, wie viele Bekannte sind wirklich Freunde, ne, da denke ich mir, jetzt willst du wissen, wie es mit der Klaus, also, jetzt muss ich mich auch nochmal korrigieren, Thema Smalltalk, Leute, das haben wir auch alles Intus, wir sind, wir sind Network Marketer, ja, Smalltalk ist ja das eine, ne, aber, wenn du mich jetzt fragst, wie es mit der Klausur läuft, willst du mit mir, willst du dich mit mir hier an den Konferenztisch hocken, und dass wir dann, fünf Stunden irgendwelche Statistiken lernen, willst du mit mir irgendwelche Korrelationen lernen, willst du mit mir irgendwelche lineare Optimierungen lernen, the fuck willst du wissen, willst du wissen, ob ich, ob ich sage, sieht, oder willst du wissen, wie scheiße ich bin, wenn ich studiere, ja, wohl eher letzteres, ja, guck mal, der ist 37, der studiert nochmal, muss das sein, ja, was weiß ich, die Leute zerreißen sich ja stets und ständig das Maul, genauso wie sie sich stets und ständig einen bewerten, ne, aber darum, also, ihr merkt, wir wissen, also, nicht auf einem anderen Level, aber wir haben halt eben schon vieles hinter uns gelassen, und sind halt eben nicht mehr so, wie es vielleicht auch in die Gesellschaft reinpasst, klar, natürlich, haben wir unsere Gesellschaft mit Rahmenbedingungen und Regeln, wo du reinpassen musst, ja, dass es funktioniert, diese, dieses, dieses ganze, ne, geflasht, ähm, aber dann, dann solche Themen, dann, dann, hör doch auf zu reden, nur damit du irgendwas redest, ne, das ist auch immer mein Spruch. Ja, aber ich sag mal, wenn man es jetzt wirklich so aufs Network bezieht, ist es ja wirklich urkomisch, ja, dass die Leute, also, die kennen uns, und die kennen uns vielleicht zum Teil Jahrzehnte, also wirklich richtig gut, und anstatt uns zu fragen, was ist das für eine Firma, wie funktioniert das, wie sieht der Marketingplan aus, wie verdient man da Geld, was muss man erfüllen, was sind die Aufgaben, und anstatt dessen wird gegoogelt, die Firma, dann gibt es natürlich zu allem, gibt es negativ Publicity, es gibt zu allem Negativmedien, ob es der Lidl ist, der seine Mitarbeiter abgehört hat, oder ob es, aber die Leute, die Leute trinken, das scheiß Wohlwikwasser, wo nachweislich die, 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 die Böden ausgepumpt werden in Afrika, die dann Greenwashing betreiben, indem sie sagen, ah, wir haben hier ein paar Bäume gepflanzt, für unseren CO2-Footprint, ja, die, die trinken immer noch ihren Nesquik-Schock. Ja, also es gibt eben zu jeder Firma, ich will nur damit sagen, es gibt zu jeder Firma was Negatives, und natürlich gibt es auch bei uns negative Beiträge, und es gibt überall schwarze Schafe, und die gibt es auch bei uns, aber das heißt ja nicht, dass wir schwarze Schafe sind, und wir eine schlechte Arbeitsweise haben, oder dass die Firma schlecht ist, oder es negativ Publicity über die Produkte gibt, über den Marketingplan, über die Firma an sich, das gibt es nicht, es gibt es immer über Menschen, die in der Firma tätig waren, ja, und anstelle, dass man uns anhört, oder zumindestens mal das Ganze vergleicht, sagt, okay, was sagen die, und was sagt der Bericht, oder uns nach der Meinung danach fragt, ja, ist es so, da wird sich heimlich was angeguckt, und dann hinterrücks einfach, sich das Maul zerrissen. Oder auf Neudeutsch, da wird ganz klassisches Framing betrieben, du wirst in den Rahmen reingepackt, und der Rahmen, der passt dir eigentlich gar nicht, und eigentlich ist der Rahmen am Cracken, und du weißt das ganz genau, aber die Person gegenüber hat dich quasi so geframed, dass du da gar nicht mehr rauskommst, ja, Punkt, um, Komma, aus, fertig, Strich, so. Ja, aber ich meine, nicht nur zu dem Thema Network, viele, viele wahrscheinlich, da bin ich mir 100% sicher, sind auf unserem YouTube Profil unterwegs, weil wir betreiben das ja noch nicht so lange. Und ich sehe es, die wiederkehrenden Zuschauer, seid euch doch mal sicher, ne, nur weil ihr kein Abo dalasst, sehe ich ja trotzdem, was die Views angeht, und wie der Kanal angesurft wird. Man hat ja Zahlen, Daten, Fakten, und sieht Statistiken, und ich bin mir zu 100% sicher, dass viele wiederkehrend auf dem Profil sind, aber eben kein Abo dalassen, kein Like, und kein Kommentar, weil sie einfach nicht supporten wollen, im Gegenteil, es gibt auch ein Video, wo, 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 also selbst, das ist so witzig, ja, also ich meine, Harrison hat ein Instagram-Profil, wer es nicht weiß, könnt ihr gerne folgen, und was kann auf einem Corgi-Profil negativ sein, auf diesem Profil gibt es wirklich nur Bilder und Videos vom Harrison, und sogar da hat mir jemand mein Video geblockt, ähm, angeblich, wie sagt man das, nicht zulassungs-, also irgendwie, ja, Community-Richtlinien, ich weiß, random irgendein Video, also wo der da liegt, oder so, ja, es gibt ja nichts Schlechtes vom Harrison da wirklich, ja, das ist ein Corgi, ja, und dann haben die das einfach geblockt, wegen nicht passendem Content, also irgendwie grenzwertiger Inhalt, und dann hat Instagram das, prüft das natürlich, und gibt dann das Video wieder frei, also, wo ich mir denke, boah, das ist echt krass, also wie langweilig, also wie negativ muss man sein, und wie langweilig muss man sein, dass man das tut, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, natürlich fragen sich Leute auch, guckt ja die zwei A, die zwei Idioten, jetzt setzen sie sich noch doch hier, und nehmen ein Podcast auf, ne, so auf die Art, ähm, aber ja, man hat ja immer eine Intention hinter was, und wir haben einfach das Ziel mit unserer Arbeit, mit unserer Arbeitsweise, egal, ob das jetzt das Network ist, ob das jetzt der YouTube-Kanal ist, der Podcast, ob das jetzt unsere Social-Media-Kanäle sind, wir haben das Ziel und die Intention, die Welt ein Stück weit besser zu machen, und viele sagen jetzt, ach Gott, wie arrogant, ne, nicht arrogant, ja, nicht arrogant, jeder von euch, jeder einzelne von euch, kann die Welt ein Stück weit besser machen, ihr müsst einfach nur tun, und wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, werdet ihr sehen, dass wir einfach eine viel, viel bessere Welt haben, und das ist einfach unsere Intention, einfach mit unserem Content, die Welt ein Stück weit besser zu machen, anzuregen, ne, aber natürlich auch Menschen zu helfen, gesünder zu leben, und finanziell frei, also das sind alles Intentionen, die wir haben, wir haben gute Intentionen, und deswegen machen wir das, egal, ob 200 Leute sagen, was für eine Scheiße, es interessiert mich nicht, ja, ähm, wir sind der Meinung, selbst wenn nur eine Person diesen Podcast hört, und wir eine Person mit dem Podcast erreichen, und die zum Denken angeregt wird, und die einfach ermutigt wird, auf die Meinung von den anderen Menschen zu, Punkt, 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 und ihr Ding durchzuziehen, und sich, wenn es nur ein Traum ist, der für die Person in Erfüllung geht, dann hat es sich gelohnt, dann hat es sich gelohnt. Und jetzt sind hier auch nochmal meine Two Cents dafür, ne, ähm, das Ding ist ja, wenn, wenn, wenn man uns jetzt hier beide sieht, ne, hallo Kamera, bla bla bla, hallo Mikrofon, wenn wir das Ganze dann hochgeladen haben, wenn das die Person so maximal triggert, ne, unsere Gesichter zu sehen, oder sich darüber zu mokieren, auszulassen, was wir hier zum Besten zu geben haben, ob das jetzt gedanklicher Dünsch ist, den wir hier betreiben, das ist ja das mal dahingestellt, aber das ist ja unsere Meinung, die wir hier wiedergeben und da geben, aber wenn sich die Person da getriggert fühlt, bin ich wieder der Meinung, dass wir die Person mal das Ganze ausschalten, pausieren, in sich kehren, ne, selbst reflektieren, warum ist er denn gerade getriggert, vielleicht sagt doch die Jenny oder der Dommer irgendwas gerade, wo ich insgeheim weiß, dass sie recht haben, ich es aber nicht zugestehen will, weil der Dommer ein Arschloch ist, ne, oder Punkt, 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 oder irgendwas, oder mir gefällt das nicht an ihm, was weiß ich, aber das ist ja die Quintessenz an dem Ganzen, sich erst mal selbst zu reflektieren, und da will ich vielleicht aus meinen Top-Tipps, die ich hier vorbereitet habe, ich glaube, da können wir eine Kategorie daraus machen, jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wo unter anderem steht, das ist zwar Punkt Nummer 7, dann tue ich das aber wieder numerologisch aufrollen, Punkt Nummer 7 wäre die Selbstreflexion gewesen, für einen selbst, aber auch du, der da jetzt gerade zuhört, nimm dir Zeit für Selbstreflexion, um deine eigenen Gedanken, Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten, unabhängig von der Meinung anderer, das Thema ist ja auch, wenn du, wenn du jetzt, zu einer Gesprächstherapie gehst, ne, normalerweise hat am Anfang erst mal jeder andere, jeder andere um dich herum Schuld, an deiner Situation, bis du dann mit dem Thema, d'accord wirst, und mit dir selbst anfängst aufzuräumen, und in dich zu hören, auf dich zu horchen, was eigentlich in dir los ist, vielleicht ist es das kleine Kind, ja, das kleine Kind, was du vernachlässigt hast, ja, oder was du nie abgelegt hast, ja, du hast irgendwelche Traumata erlebt, auch so klein oder so groß, wie die Traumata auch gewesen sein sollten, vielleicht ist es so eine Geschichte, dass man auch, das ist jetzt hier, nicht jeder, der eine Meinung hat, die einen jetzt angreift, oder mich angreifen sollte, nicht, dass das heißt, dass du jetzt ein psychisches Problem hast, oder sowas, das will ich nicht damit sagen, aber vielleicht ist vieles, was uns im heutigen Dasein, im Erwachsensein triggert, einfach der Punkt, wie bin ich groß geworden, was habe ich erlebt, und wie hat das mein ganzes Erwachsensein verändert, ja, das wäre Punkt Nummer 7 gewesen, aber da wir anfangen wollen, mit Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 1 von den Top-Tipps, Selbstbewusstsein entwickeln, kenne deine Stärken und Schwächen, und sei selbstbewusst in dem, wer du bist, das ist ein riesengroßer Punkt, zu erkennen, und zu erforschen, wer man überhaupt ist, wo man im Leben steht, und wo man immer stehen möchte, wie soll ich das sagen, ich bin nicht der Trunkenbold, oder der Schläger, der ich mal war, so mal ganz plakativ gesehen, ich bin nicht der Kirmesbox, ich bin nicht der, was weiß ich nicht, ich bin nicht, vielleicht wurde ich auch in eine Rolle, quasi reingedrängt, reingezwungen, reingepresst, um zu überleben, das heißt zu überleben, dort zu bestehen, wo ich aufgewachsen bin, kann ja alles sein, aber du bist nicht Tony Montana, oder Don Corleone, vielleicht hast du einfach eine zerbrechliche Seele, die in dem Augenblick so sein musste, um zu funktionieren, um nicht niederzugehen, deswegen hast du vielleicht auch, meinetwegen, nach außen, ein starkes Selbstbewusstsein, aber nach innen bist du ein kleines Kind, was immer aggressiv reagiert, was immer sagt, ey, so und so nett, deswegen, wer bist du, bau dir ein gescheites Selbstbewusstsein auf, vor allem ein selbstreflektiertes Selbstbewusstsein, und etwas auf, ich bekomme es ja mit auf YouTube, YouTube ist ja eh eine Bubble für sich, das ist so ein Mikrokosmos, wenn du kein YouTube konsumierst, kriegst du die ganze Scheiße wahrscheinlich eh gar nicht mit, warte mal ganz kurz, und dann gibt es diese ganzen kleinen Beefs zwischen diesen YouTubern, oder Rappern, keine Ahnung, was es da so gibt, und die drohen immer mit Gewalt, die können dir die tollsten Texte schreiben, die können, was weiß ich, aber die können sich nur durch ihre physischen Attribute, können die sich artikulieren, die können nicht sagen, ey, wir talken das aus wie erwachsene Männer, oder erwachsene Frauen, wie auch immer, nein, es wird immer mit Schläge gedroht, und mit Schläge gedrohen, das ist Kindergarten, das wissen wir alle, so, deine Two Cents. Ja, also mal davon abgesehen, viele schauen ja Netflix, oder haben Netflix-Abo, was ja immer auch so kritisch angesehen wird, von Menschen, die, sage ich mal, mehr vom Leben wollen, ich will das gar nicht so kritisch sehen, jeder Mensch ist Mensch, und ich muss sagen, auch auf Netflix gibt es wirklich guten Content, und zwar, die ganzen Reportagen, die es gibt, oder die Biografie, nenne ich es mal, also schaut euch doch mal die Story von Sylvester Stallone an, oder auch die Story von Arnold Schwarzenegger, also wenn man sich das mal anguckt, dass diesen Menschen, das ist wirklich mega inspirierend, ich glaube nicht, ja, als Sly, also Sylvester Stallone, da, sage ich mal, sein erstes Drehbuch geschrieben hat, dass die Leute gedacht haben, wow, Sylvester Stallone, du wirst der tollste Schauspieler überhaupt, er hat ja richtig gepokert, der hat ja sein erstes Drehbuch geschrieben, und hat gesagt, er verkauft es nur, wenn er selber die Hauptfigur, ich weiß gar nicht mal, war es Rambo oder Rocky, Rocky, also nur, wenn er Rocky sein darf, ja, und die Leute waren ja mega kritisch, und er hat ja mega gepokert, weil eigentlich war er ja bankrott, er hatte ja gar kein Geld mehr gehabt, ne, und wurde dann aber dadurch wirklich erfolgreich, oder Arnold Schwarzenegger, ähm, wo der einfach angefangen hat, in Österreich zu pumpen, und das wurde ja auch, dieses Thema Bodybuilding, mega kritisch gesehen, auch von Leuten, ne, wie sich die Figur entwickelt, für was, für was auf diese Wettbewerbe gehen, ja, also, ne, das war ja nix, was jetzt hier was Tolles war, und wenn man sich anguckt, was aus den Leuten, also ich meine, Arnold Schwarzenegger, sowieso krass, dass der am Ende dann auch in die Politik ist, also was der in seinem Leben erreicht hat, das ist ja, also das ist ja, das kann man ja gar nicht in Worte fassen, also auf jeden Fall wird Arnold Schwarzenegger eine Person sein, in 100 Jahren wird man ihn noch kennen, für die Dinge, die er geleistet hat, auf jeden Fall, ähm, also der ist es jemand, also ich würde sagen, es ist jemand so wie, ähm, Albert Einstein, den man heute noch kennt, so jemand wird auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger sein, für die Dinge, die er getan hat, jetzt mal, völlig, ich bin da total wertfrei, ich bin kein Arnie-Fan, ja, aber jetzt einfach mal, ich hab mir trotzdem, ich hab mir diese Doku trotzdem angeguckt, völlig wertfrei, und muss sagen, also dadurch ist er mir etwas sympathischer geworden, ich wusste das vorher alles gar nicht so, ähm, ja, und ich will einfach nur sagen, wenn die an ihren Träumen nicht festgehalten hätten, und auf ihr Umfeld gehört hätten, dann hätten die das niemals erreicht, ja, auch Thema, Thema Umfeld, ähm, Arnold Schwarzenegger sagt ja auch selbst, ähm, keiner ist self-made, ja, auch wenn sie viele proklamieren für sich, ich bin ein self-made man oder woman, was weiß ich nicht, ich hab's vom Tellerwäscher zu dem, dem geschafft, du hast immer jemanden in der Zwischenstation, irgendein, ähm, er hatte einen Ben und Joel Weider, die Weider-Brüder, ähm, die ihn entdeckt haben, die ihn rübergebracht haben, Mr. Universe, äh, in München, Franco Colombo, ja, der vor, ich hab vor zwei Jahren verstorben ist, der der beste Freund, wenn man so will, von Arnold Schwarzenegger war, ähm, ähm, der ist auch rüber in die Staaten, bodybuilding-technisch, durch den Arnold, ja, ähm, natürlich hat er sich seinen eigenen Stuff noch aufgebaut, der Franco, aber, ähm, ja, es ist immer jemanden, ich will, wir unterstützen uns ja auch hier gegenseitig, oder, jeder, der Unterstützung haben will, bekommt's ja auch von uns, ähm, aber dann zu sagen, äh, alles self-made ist halt eben auch nicht, ne, also, das ist jetzt nochmal mein, 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 mein Beifahrt. Ja, also, was ich eigentlich raus wollte, ist einfach, wenn du im Network bist und im Network startest, und es wird ja oftmals tatsächlich, ähm, immer weniger kritisch gesehen, das muss man sagen, also ist, äh, und ihr werdet sehen, wie sich das Ganze auch verändert, in den nächsten Jahren wird das ein ganz normaler Job sein, so, es ist ja auch das, an was wir arbeiten, dass das einfach als ein normaler Job angesehen wird, nicht als irgendwelches, äh, Pontius-System oder so, das, ne, kann man ja eh nicht mehr hören, ja, ähm, auf jeden Fall, ja, du kannst es hier schaffen, einfach, mit Fleiß, einfach nur mit Fleiß und mit Arbeitskraft, die du sowieso in deinem Job auch aufbringst, egal, was dein Beruf ist, du gehst da acht Stunden hin, du investierst acht Stunden deiner Zeit, um einfach ein Geld am Ende des Monats zu haben, ob du das gern machst oder nicht, und du hast einfach hier die Chance, dir wirklich selber etwas aufzubauen, und selbstbestimmt ohne Kosten, also, du hast keinerlei Investition, du hast keinerlei Fixkosten hier, sondern du kannst dir einfach durch einen funktionierenden Willen, den man hat, also einfach den Willen, die Arbeit zu tun, die zu machen ist, und Willen wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall haben, weil du hast ja auch so einen Job, ja, einfach durch die Dinge, ja, einfach indem du deinen Job machst, kannst du es wirklich erreichen, ein finanziell freies Leben zu führen, ein selbstbestimmtes Leben, das heißt auch für jeden was anderes, für den einen sind 500 Euro schon Freiheit, für den nächsten sind es 10.000, ja, das kann man alles sehen, wie man will, aber egal, wie die Meinung anderer ist, und das ist halt so schade, weil viele sind hochbegeistert, total motiviert, fangen an, und am Ende des Tages scheitert es nicht daran, dass sie das, was ihnen gesagt wird, nicht machen wollen, sondern dass einfach das Umfeld es so schlecht redet, dass dann eine Angst entsteht, was ja auch normal ist, der Mensch ist ein Rudeltier, der Mensch möchte immer irgendwo mit dazugehören, er möchte ja nicht ausgegrenzt werden, und leider Gottes ist es so, dass man zum Teil ausgegrenzt wird, ja, und deswegen, starten Leute nicht durch, oder hören einfach zu früh auf, weil auch jeder erfolgreiche Mensch wird dir sagen, wenn du nicht erfolgreich in dem bist, was du machst, oder was du getan hast, liegt es daran, dass du zu früh aufgehört hast, ja, also, es gibt kein Scheitern, wenn du einfach nur durchziehst, und manchmal dauert es einfach Jahre, bis man irgendwo den Durchbruch hat, das geht nicht von heute auf morgen, wie das manchmal, sage ich mal, auch so diese, ja, neuerdings TikTok, oder Twitch-Stars, ne, die dann über Nacht berühmt wurden, ja, mag sein, dass es bei manchen geht, aber in der Regel geht es bei vielem einfach nicht, da muss man einfach Schweiß, ähm, mit ranbringen, ja, also ich meine, Steve Jobs hatte ja noch nicht mal einen Studienabschluss, und hat einfach in seiner Garage getüftelt, und wenn der aufgehört hätte, auch eine Meinung, aber wenn der aufgehört hätte, dann hätten wir jetzt alle kein iPhone, und für manche wäre das echt sehr dramatisch, wenn es keine Apple-Produkte geben würde, ja, ähm, und das ist halt einfach so, das Ding einfach nicht aufhören, egal, wie lange es dauert, und manche Dinge brauchen eben einfach länger, ja, auch hier nochmal, um das, die Top-Tipps zu vervollständigen und zu erweitern, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere draußen Menschen, die sind eine Marke, ne, die haben Charakter, die haben Pathos, ne, da weißt du, wir haben auch einen ehemaligen Chef, der Peter, ähm, das, das war eine Marke, das war ein Mann, der war auch ein Mann, ein Wort, ne, alte Schule, dies und das, aber vor allem war er immer authentisch, das soll auch der Top-Tipp Nummer zwei sein, authentisch sein, sei authentisch und bleibe dir selbst treu, anstatt zu versuchen, jemand anderes zu sein, um anderen zu gefallen, ja, mach das nie und nie und never und niemals, wie auch immer, ähm, man kennt es ja, sich dann irgendwie hoch zu doppeln, ja, ich mache Salto, ich mache Triple Flip, was weiß ich nicht, ja, und am Ende fällst du in den Grau und brichst du die Haxen, nur, weil du irgendwo reinpassen wolltest, hast deine, ähm, äh, 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 Zigarette geschmaucht, ähm, weil es die Gruppe so gemacht hat, ne, du bist dann uncool, und was weiß ich nicht, Thema Selbstbewusstsein, Thema Authentizismus geht für mich einher, Hand in Hand, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, der zu sein, der man eigentlich ist, viele lachen ja, ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, ne, aber da gibt es ja diesen, ich weiß nicht, diesen jungen Typ, der heißt Dennis, der jeden Tag Döner isst, ja, ähm, ähm, er sagt auch immer, ähm, es gibt einen Dönerstag, ja, oder, oder was weiß ich nicht, hallo meine Kebabs, sagt er, ne, seine User, seine Community nennt er die Kebabs, er hat ein eigenes T-Shirt, eigenen Merchandise, und, 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 ähm, ich sag mal, man kann davon halten, was man will, ja, was ist entertaining, was nicht, ja, aber er hat die Leute, die ihn feiern, ja, er ist, er ist so, so geblieben, oder er ist so, wie er ist, und zwängt sich da nicht in irgendeine Rolle rein, um irgendwo reinzupassen, ähm, allerdings ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, da weiterzumachen, und da durchzuziehen, wo du dich selber halt eben siehst, ne, ey, wenn du eine Leidenschaft hast, ey, wenn du tanzen willst, dann tanz meinetwegen, ja, egal ob die Leute sagen, das, das sieht so und so aus, oder was weiß ich, du machst so und so den Eindruck, ja, ähm, aber auch ganz ehrlich, wenn du gammeln willst, dann gammel halt eben, ne, es ist dein Leben, ne, muss ich mal da so, so dazu sagen. Hast du noch deine zwei Cent? Ja, also im Endeffekt. Ja, oh. Ja, im Endeffekt ist es so, ne, es ist wirklich dein Leben, und niemand hat das Recht, sich da eine Meinung drüber zu bilden, und wie Thomas sagt, vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ey, für mich ist es die Erfüllung, einfach zu Hause zu sein, mit meiner Familie, oder einfach zu Hause auf der Couch, mit mir selber zu sein, und Serien zu gucken, dann ist auch das so, und dann ist auch das okay so, weil nicht jeder muss, äh, die großen Schritte machen wollen, oder, oder viel erreichen wollen, jeder muss für sich einfach wissen, was bedeutet für einen selbst, ein erfülltes Leben führen, und dementsprechend ist es auch jedem, selbst überlassen, was er tut, und da hat, äh, deswegen, ja, macht euch einfach, überlegt einfach wirklich darüber, also denkt einfach darüber nach, bevor ihr jemand eure Meinung mitteilt, ob das jetzt korrekt ist, wie ihr die Meinung mitteilt, und aus welcher Intention ihr die Meinung mitteilt, weil oftmals, ob man will oder nicht, kommt ja auch eine Meinung von Neid, Neid ist sowieso ein ganz, ganz schlechter Faktor, ne, also manchmal bekommt man ja auch Dinge geraten, oder davon abgeraten, weil Menschen einfach neidisch sind, also einfach so neidisch sind, dass ihr erfolgreicher sein könntet, neidisch sind, dass ihr schlanker werden könntet, oder besser aussehen könntet, neidisch sein, dass ihr mehr habt, äh, wie, wie diese Person, und deswegen wird dann halt so, sag ich mal, positiv, etwas schlecht geredet, oder kritisch angedacht, weil einfach die Person gegenüber Angst hat, dass ihr in ihren Augen mehr werden könntet, als sie, was ja aber auch immer wieder eine Ansichtssache ist, weil jeder ist viel, also es geht nicht darum, wie viel man hat, und was man im Leben erreicht hat, jeder ist viel wert, ja, und deswegen, ähm, ja, wenn da jeder bei sich selber anfängt, dann hat man schon wirklich was Großes getan. Und deswegen, auch, auch wenn ich bei LinkedIn angemeldet bin, und da auch ein Profil angelegt habe, und auch einen Lebenslauf gepflegt habe, ist für mich LinkedIn, alle sagen, ah, wie toxisch, und giftig, und wie vergammelt, was weiß ich nicht, TikTok, und Instagram ist, durch Schönheitsideale, lest euch mal LinkedIn-Profile durch, lest euch die Postings durch, von LinkedIn-Usern, also, dass man sich dann entgegenseitig die Pferze legt, da weiß ich auch nicht mehr weiter, was die vom Stapel lassen, was die alle sind, die sind auch auf die Welt gekommen, schon mit 20 Jahren Berufserfahrung, ja, und auf einmal ist jeder CEO, ja, von was bist du CEO? von einer Fernbedienung vom Sony-TV oder was? Ja, da bin ich auch der Chef da unten, ne, also, authentisch LinkedIn, die wenigsten, also, aber hier, Punkt Nummero drei, ähm, der Top-Tipps, konstruktive Kritik annehmen, sei offen für konstruktive Kritik und nutze sie als Gelegenheit, ja, nicht immer alles falsch verstehen, Kindes, dich zu verbessern, aber ignoriere gleichzeitig unsachliche oder gemeine Kommentare, ja, gemeine Kommentare, da hatte ich ja auch jetzt einiges schon hochgeladen gehabt, über, über Twitch-Livestream, und was weiß ich nicht, Hetze im Netz, und was weiß ich nicht, ähm, finde ich wichtig und richtig, das Profil sauber zu halten, ne, du musst dir keine negative Scheiße gefallen lassen, ähm, soll ich nicht immer so, so viel in, 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 in diese, in diese harten Wörter gehen, ne, ich muss mal nach, nachher den Mund auswaschen mit Kernseife, ähm, aber es ist doch so, wenn man sich gegenseitig supporten will, ja, was aufbauen möchte, bitteschön, ja, ähm, sag, was dir gefallen hat, sag dir, was dir nicht gefallen hat, sag vor allem, wo Verbesserungspotenzial ist, um das Maximum rauszuholen, aber nicht immer alles auf die Goldwaage, ja, das ist auch so was, wo ich halt auch lernen musste, nicht immer gleich oben raus zu gehen, die Jenny guckt schon so komisch, ja, ähm, man versucht ja dennoch, man, man will ja, in den seltensten Fällen, will man ja was Schlechtes vom Gegenüber, ja, also ich gehe nicht davon aus, wenn ich jemandem jetzt einen Top-Tipp gebe, äh, dass er den nicht umsetzt, oder dass er den falsch versteht, ja, aber dennoch ist es so halt eben, weil man auch, ja, Perfektionismus frönt, ja, und immer, ja, Aal glatt sein möchte, dass man eventuell, das dann auch in den falschen Mund reinbekommt, ja, das falsch versteht und dann halt eben komplett, na, durch die Decke geht. Hier, ich mach mal, ich mach mal so einen Kaffee hier. Ja, und vor allem, man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben, ich hab immer das Gefühl, viele Menschen denken, sie müssen zu allem eine Meinung haben, und sie müssen zu allem etwas sagen, also, äh, sowieso ungefragt, also ganz ehrlich, es gibt so viele Themen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, da will ich mir gar nicht anmaßen, mir eine Meinung dazu zu machen, weil ich einfach nicht genug Wissen über das Thema hab, und ich selber sag immer, solange ich nicht dabei war und nicht selber gesehen hab, dass jemand etwas gesagt hat, wie er artikuliert hat, wie die Situation war, wenn ich nicht selber bewerten kann, wie es ist, dann kann ich darüber auch nicht urteilen, und ich kann nicht über etwas urteilen, weil ich von fünf Leuten das erzählt bekommen hab, ich kann auch nicht darüber urteilen, weil ich im Radio oder im Fernsehen was gehört hab, schon mal gar nicht, weil da ist die Meinung meistens so, sag ich mal, wie, wie drück ich das jetzt korrekt aus, also die Meinung im Fernsehen und Radio ist ja immer so, wie die Lobby es gerne hätte, dass etwas ausgelegt wird, also deswegen kann ich einfach zu vielen Themen keine Meinung haben und muss dann auch keine Meinung äußern, wenn ich einfach keine Ahnung von einem Thema hab, und ja, das Ding ist, ich hab auch manchmal den Eindruck, dass so, wie sagt man, so das ungeschriebene Wort besteht, dass man immer zu etwas etwas sagen muss, und dass man auch immer etwas Kritisches sagen muss, oder was Negatives, dass es einfach gut ankommt, dass man sich selber darstellen kann. Ganz ehrlich, man muss nicht zu allem eine Meinung haben, wie gesagt, man muss auch nicht zu allem was sagen und schon gar nicht muss man zu allem was Negatives sagen. Bevor man was Negatives sagt, sollte man vielleicht einfach mal die Klappe halten und nichts sagen, das würde schon vielen Menschen helfen, weil oftmals bringt dieses kritisch Betrachten gar nichts, weil derjenige null Ahnung davon hat. Also meistens ist es ja so, dass Leute Dinge kritisch beachten, die null Komma null Ahnung von irgendetwas haben, keinerlei Praxiserfahrung, keinerlei Theorie, einfach null blassen Schimmer, sich irgendwas in ihrem Köpfchen zusammengesponnen haben. Meistens sind es ja sogar Leute, die nur nicht mal richtig zugehört haben. Du erzählst über was? Keine Ahnung, eine Viertelstunde wird über ein Thema gesprochen. Die Leute hören schon gar nicht richtig zu, weil das die Aufmerksamkeitsspanne immer weniger wird bei allen Menschen. Das ist ja auch schon bekannt. Also Leute hören gar nicht richtig zu, haben nur so ein paar Wörter sich rausgenommen, die sie verstanden haben, aber wahrscheinlich gar nicht mal den Zusammenhang dazu und meinen dann, irgendwas sagen zu müssen, dass es nicht so aussieht, als hätten sie nicht zugehört und dass es so aussieht, als wären sie so mega interessiert daran und dann kommt einfach nur ein Furz raus. Also wirklich einfach was Negatives oder irgendeine Kritik, die gar nicht passt, die sie selber nicht umsetzen können. Deswegen, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, verdammt nochmal, halte den Mund. Die Leute reden nur um zu reden, ohne Inhalt, ohne Punkt. So, Punkt Nummer 4. Also gerade eben hat man die Kunsthochliebe-Kritik annehmen. Punkt Nummer 4 wäre beispielsweise hier, Grenzen zu setzen. Respektiere deine eigenen Grenzen und stehe für deine Überzeugungen ein, auch wenn nicht alle, auch wenn nicht von allen geteilt, auch wenn sie nicht von allen geteilt werden. Das ist auch so, die Fahne im Wind, ja, heute bin ich so, morgen bin ich so, am Donnerstag bin ich auf dem Stammtisch und dann rede ich wieder ganz anders da. Oder, heute habe ich das gelesen in der Zeitung, heute habe ich das gesehen auf NTV, wie sie alle heißen. Heute denke ich anders da, ja, und morgen habe ich wieder eine andere Meinung. Und, ja, damit ich ja nicht irgendwo aneck, passe ich mich der, der, der Meinung an, ja, die hier langläufig, landläufig, ja, praktiziert wird und da unterm Radar zu bleiben und nicht auf dem Schirm zu sein, weil dann könnte ja schlecht über mich gesprochen werden. Ja, also das ist halt eben so das Ding. Wir haben da wahrscheinlich überall schon die Beispiele. Wenn du es selber nicht spürst, kennst du jemanden aus deinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, der irgendwo aneckt, weil er, ich will das nicht aufmachen, ein Alu anhat, ne, aufhat oder, ähm, Schwurbler isst. Das ist ja, sobald du jetzt heutzutage anderer Meinung bist, bist du entweder rechts oder bist du ein Schwurbler, ne, darfst du schon gar keine andere Meinung mehr haben. Das ist auch kein Mimimi, das ist einfach halt eben so, ja, kann man ja auch was anderes behaupten, dass man eine andere Meinung haben dürfte, ist aber de facto nicht so, ja, aber wenn du es immer zulässt, heute anders zu sprechen, ne, damit du irgendwo reinpasst, dann passt du irgendwann gar nicht mehr rein. So, deine zwei Cent, bitteschön. Ja, also man muss es wirklich nicht jedem recht machen und, ähm, muss ich auch nicht irgendwie eine Norm reinpressen. Ich meine, jeder von uns ist wirklich ein Individuum, Individuum, egal ob im Aussehen oder im Charakter, in der Denkensweise, ne, also muss man wirklich sagen und jeder ist so okay, wie er ist und jeder soll, wie gesagt, sein Ding machen und seine Träume verwirklichen und nicht immer so dieses, dieses Gerede, was die Allgemeinheit sagt, Mensch, ihr habt doch einen Kopf, denkt doch mal nach, liefert doch mal einen Mehrwert einfach für die Menschheit, wie gesagt und, ja, also, warum nicht derjenige sein, der einfach mal was positiv auch anspricht in der Gruppe, wenn alle dagegen sind, ne, also, deswegen, oder? Ja, und die Grenzen deines Gegenübers sind nicht deine Grenzen. Nein, natürlich sind die Grenzen deines Gegenübers nicht deine Grenzen und, wie gesagt, arbeite an deinem, einfach, arbeite an dir, um die perfekte Version deiner selbst zu werden, wie du dich damit wohlfühlst und wie du gerne sein möchtest und nicht wie irgendjemand dir sagt, wie du sein sollst und ich meine, das fängt ja schon beim Aussehen an, ne, also, irgendjemand sagt, alle müssen jetzt blond sein, dann färbt sich jeder blond, alle brauchen jetzt dicke Lippen, dann wird gespritzt, alle brauchen jetzt, was weiß ich, alles, jetzt hat man anscheinend lieber Frauen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, irgendwann war es mal, das Koks schick, also, so ein Schwachsinn, ich meine, jeder ist doch so, wie er ist und jeder ist so okay, wie er ist und wenn wir vielleicht auch mal einsehen, dass diese ganzen Oberflächlichkeiten einfach nur Schwachsinn sind, weil es einfach überhaupt nichts über dich aussagt oder total uninteressant ist, wer welche Klamotten anhat und wer wie aussieht, sondern wirklich andere Dinge im Leben wichtig sind, ne, also das heißt jetzt nicht, dass man rumlaufen muss, wie sagt man, Schlumpf und so. Ich bin dafür nur noch T-Shirt und Jeans, dann ist alles geregelt. Nein, also ich meine, jeder muss sich ja auch wohlfühlen, wenn du dich selber nicht wohlfühlst, weil du dich selber nicht schön findest, dann ist es ein Grund, was zu ändern, aber dann, wenn du dich selber nicht schön findest oder nicht gesund genug findest und nicht, weil der Hans-Joachim vorneben gesagt hat, man soll sich jetzt ändern oder man soll anders sein, sondern einfach nur, wenn du der Meinung bist, dass du dich nicht wohlfühlst, dann ist es auch okay, dann hat auch niemand dir zu sagen, du sollst jetzt aufhören, zuzunehmen, abzunehmen, dich zu spritzen, wenn du meinst, das ist für dich so richtig, ja, klar gibt es irgendwo auch immer Grenzen, was das Thema Gesundheit angeht, dann ist es okay so, aber auch wenn du dich so wohlfühlst, wie du bist, ist es auch okay so, dann hat auch keiner da eine Meinung zu haben, warum denn? Guck dich doch erst mal selber an oder guck doch erst mal dein eigenes Leben an, reflektier mal, wie viele Fehler machst du und ganz ehrlich, jeder von uns macht genug Fehler, dass er genug damit beschäftigt ist, erst mal selber daran zu arbeiten, fehlerfrei zu werden, was wir nicht sein werden, aber nichtsdestotrotz einfach weniger Fehler zu haben, anstelle dann über andere Menschen zu urteilen, welche Fehler andere haben und es zu bewerten und Sonstiges, ja. Ja, das mit dem Finger auf andere zeigen ist ja auch immer so eine Charakterschwäche, meiner Meinung nach. Also wir hatten Grenzen setzen, ja, also auch nicht immer alles gefallen lassen, muss ich auch einfach mal sagen, bis hierhin nicht weiter. Punkt Nummer fünf, Empathie zeigen, das hatten wir auch schon beim letzten Thema, wo wir hier zusammengehockt haben, Empathie, scheint ein wichtiges Thema zu sein, Versuche die Perspektive anderer zu verstehen und sei einfühlsam, wenn es um ihre Meinung geht, selbst wenn du nicht zustimmst. Ja, Streitkultur gibt es halt eben auch nicht mehr seit einigen Jahren, ne. Wie gesagt, das hat sich alles so ein bisschen verschoben, du darfst deine Meinung haben, nett haben oder wirst gleich irgendwo rein kategorisiert. Das hat ja alles mit Akzeptanz zu tun. Ich akzeptiere ja auch viel, auch wenn ich eventuell anderer Meinung bin. Ihr seht es, das dreht sich immer um dasselbe irgendwo, ne. Aber dann immer zu sagen, ey, das muss ich kategorisch ausschließen. Was sind deine Gedanken dazu, Empathie zu zeigen, Perspektive anderer zu verstehen, einfühlsam sein? Ja, also das auf jeden Fall immer. Ich finde, man sollte immer aus der Perspektive von dem anderen an Dinge rangehen. Aber das hat ja auch was damit zu tun, oftmals werden Dinge persönlich genommen, die nicht persönlich zu nehmen sind. Weil es ist einfach so, die Welt dreht sich für jeden um sich selbst. Das ist einfach so. Ja, also ich meine, man macht sich 24 Stunden Gedanken um sich selber und nicht um andere. Oder beziehungsweise machen sich viele dann Gedanken, was denken andere über mich? Also es geht immer um mich. Und wenn, oftmals ist es so, dass Leute Dinge persönlich nehmen. Jemand hat sie schräg angeguckt, jemand hat sie schräg angesprochen, jemand hat irgendwas geäußert. Und dann fühlt man sich schlecht, weil man das Ganze persönlich nimmt. Aber ich kann nur da empfehlen, und da gibt es echt gute Übungen, wie man davon Abstand nimmt. Also ich habe da wirklich ein Seminar sogar zu besucht, wo man einfach eine Technik hat, da rauszukommen. Also solange zu mir persönlich niemand ins Gesicht sagt, ey Jenny, ich finde es gerade hier daneben, und das finde ich nicht gut, und du hast das und das und das gemacht. Solange jemand das nicht zu mir gesagt hat, fühle ich mich nicht angesprochen. Egal, ob jemand rummuffelt, ob jemand eine schlechte Energie ausstrahlt, ob jemand mich vielleicht anmeckert, anschreit oder sonst was. Es hat mit mir nichts zu tun. Solange derjenige nicht meinen Namen in den Mund genommen hat und mir das persönlich gesagt hat. Weil jeder, für jeden dreht sich die Welt, wie gesagt, um sich selber. Und die Leute stehen manchmal einfach mit einem falschen Fuß auf. Die haben schlechte Laune und es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Sondern die haben einfach eine schlechte Laune, vielleicht gerade eine schlechte Erfahrung gemacht, vielleicht gerade vom Chef einen Anschiss bekommen. Und du bist jetzt einfach im falschen Moment, am falschen Ort und bekommst jetzt halt den Dampf ab. Ich will das nicht entschuldigen, das ist mit Sicherheit nicht richtig. Ich will nur sagen, dann denkst du dir einfach hier rein und da raus. Weil das hat mit dir nichts zu tun. Du musst dich nicht schlecht fühlen, nur weil ein anderer sich jetzt aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen, die mit dir nichts zu tun haben, entladen hat, musst du dich nicht schlecht fühlen. Und wenn du dich aber schlecht fühlst, dann würde ich sagen, geh zu der Person und sag, hör zu. Das war jetzt nicht in Ordnung, dass du mich so angefaucht hast. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Es interessiert mich auch nicht, es geht mich auch nichts an, aber in dem Ton sprichst du bitte nicht mit mir. Punkt. Und dann ist das Thema erledigt. Weil meistens ist ja das Problem, dass wir uns dann darüber grübeln. Da entsteht ja dann Grübel, schlechte Gedanken, man zweifelt an sich selber. Was habe ich falsch gemacht? Bin ich nicht gut genug? Warum meckert mich jeder an? Wieso sagt der das zu mir? Wieso sagt der das? Und aus diesem Hamsterrad muss man wirklich, wirklich austreten und sagen, nee, mit mir hat das alles nichts zu tun. Jeder benimmt sich immer irgendwie aufgrund von sich selbst und nicht aufgrund von anderen. Genau. Lass ich mich ärgern. Lässt du dich von mir ärgern? Und umgekehrt? Man weiß es nicht. Punkt Nummer sieben, nee, sechs. Positive Beziehungen pflegen. Umgebe dich mit Menschen, die dich unterstützen, akzeptieren und investiere Zeit in positive Beziehungen. Da hat man jetzt wirklich einen Podcast schon dazu. Da hat man einen Podcast dazu. Kann man sich gerne nochmal reinklinken. Thema Umfeld ist verdammt wichtig. Selbstreflexion war mein erster Tipp. Den rollen wir jetzt hier nicht nochmal auf. Und Nummero acht. Ein schwieriger Tipp. Schwierig umzusetzen. Da musst du trainieren. Und da redet man nicht von 100 Liegestütze am Tag. Gelassenheit entwickeln. Lerne Gelassenheit zu entwickeln und nicht übermäßig darauf zu reagieren, was andere über dich denken. Ja, aber das ist etwas, was ich gerade auch... Ja, natürlich, genau, denke ich selbst über mich schlecht. Oder, wie gesagt, ist die Meinung der anderen über mich das, was ich auch über mich selbst denke. Also da kann ich euch einen sehr, sehr guten Tipp geben. Ich praktiziere den schon eigentlich... Nicht eigentlich, ich praktiziere den schon mein ganzes Leben. Und zwar, je mehr Menschen mir... Also, wie soll ich denn sagen? Je mehr Menschen das, was ich getan habe, scheiße fanden, umso mehr war das für mich ein Ansporn, es zu machen. Oder je mehr kritisch Menschen das gesehen haben oder mir einreden wollten, dass ich das sowieso nicht erreichen kann, dass das sowieso Quatsch ist, umso mehr war das für mich Ansporn, den Leuten wirklich zu beweisen, dass es funktioniert und dass es gut ist. Und das kann ich euch nur mitgeben, weil letzten Endes, ich sage immer, unser Datum steht fest, wann wir von dieser Welt gehen werden. Und ich denke mir immer so die letzten... Ich weiß es nicht, es wird ja gesagt, so die letzten Minuten deines Lebens fährt so der Film deines Lebens vor deinen Augen ab. Und ich denke schon immer wirklich, wenn ich in die Kiste falle, um es jetzt einfach mal plump auszudrücken, dann möchte ich in meinem Leben nichts bereuen. Ich möchte alles gemacht haben, was ich machen wollte und nicht bereuen, dass ich irgendwas nicht gemacht habe, weil andere Menschen die Meinung hatten, ich sollte es nicht tun. Weil ich glaube, das wäre das Schlimmste, dass, wenn man von dieser Welt geht, einfach irgendetwas in seinem Leben bereut. Und es ist nie zu spät. Selbst wenn ihr jetzt irgendwie bereut, irgendwas nicht getan zu haben oder was getan zu haben, okay, wenn man was getan hat, man kann es nicht mehr zurücknehmen. Aber man kann sich entschuldigen. Man kann versuchen, Dinge einfach wieder gut zu machen. Wenn man etwas nicht getan hat, dann kann man es auf jeden Fall ändern, weil dann kann man es noch tun, egal, was ihr für Wünsche und Träume habt. Greift die einfach nochmal auf und beleuchtet mal, was ihr dazu bräuchtet, die zu erfüllen oder das zu schaffen. Weil ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man wirklich nichts bereut im Leben. Da passt auch ganz zufällig die Karte hier ganz gut dazu. Die Jenny hat ja ganz viele Karten auf ihrem Schreibtisch. Manchmal denke ich, die ist eigentlich Tarot-Kartenlegerin und heißt Ronja Räuberstochter. Esmiralda mit ihrem Bauwagen. Ein Wunsch ändert nichts. Nichts, eine Entscheidung ändert alles. Das finde ich ein toller Abschluss. Toller Abschluss, genauso wie ich mein Pulli-Print ganz toll finde. I'm just a kid with a dream. Ja. Egal wie alt man sind, wir haben alle noch Träume. Vielleicht ist es mittlerweile bei dem einen oder anderen gesetzten Alter doch der Camping-Anhänger oder der Auswanderwunsch. Man will einfach nur Ruhe und Frieden haben, dass man sich da 20 Jahre lang eventuell selber unter Druck gesetzt hat für nichts und wieder nichts. Weiß man jetzt wahrscheinlich besser, dass es nicht um jeden Euro geht, den man dazu verdienen kann, weil das Geld findet immer seinen Weg in die Wirtschaft. Machen wir uns nichts vor. Wir sind alle sehr erfinderisch, wo eventuelle finanzielle Mittel hinfließen. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Praktiziert den Stoizismus. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Cliff, heute und jetzt, nachdem du den Podcast gehört hast, die Entscheidung, dein Leben frei von der Meinung anderer zu führen. Und natürlich kann man diesen Podcast immer wieder reinhören. Den kannst du dir abspeichern. Du kannst auch gerne ein Like da lassen, einen Daumen nach oben, einen Kommentar hinterlassen. Natürlich treffen wir uns dann in der Kommentarsektion wieder. Du kannst das Ganze teilen. Teile es mit deiner Umwelt, mit deinen Freunden, teile es in deinem Feed, teile es auf deinen Social Media Kanälen, falls du aktiv bist. Und wenn nicht, mach dir einen Account und teile das Ganze. Natürlich ein Abo dalassen. Vielleicht machen wir daraus auch noch einen Short. Und wie heißt denn das auf TikTok? Einfach nur Video, oder? Nein, das heißt TikTok. Vielleicht machen wir hier über Opusclip einfach mal ein paar Clips und laden das hoch und verweisen hier auf unseren Podcast. Du kannst uns auch auf Spotify abonnieren und folgen. Das ist alles kostenfrei. Das kostet nichts. Das kostet nur einen Klick. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen hier auf YouTube oder auf Spotify. Bleibt es mir gesund, bleibt es mir stabil. Und wir hören und sehen uns diese Woche noch einmal. Also vielleicht bin nicht ich dabei. Mal gucken, ob ich hier dann wieder Eintritt bekomme oder Hausverbot oder Hausverbot-Datei bekomme. Ansonsten hat es mir wieder mega Spaß gemacht. Das sind immer tolle Themen. Vielleicht war das auch so ein Ding. Soll ich diese Top-Tipps nochmal in die Beschreibung reinpacken, in die Infobox? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vielleicht geht dann so Wissen auch verloren oder Wissen ist schneller abrufbar. Ansonsten, ciao. Liken, kommentieren, abonnieren. Nein, 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 nein.